Sanakasana, die Stellung des Meisters Sanakar, auch die Sanakar-Stellung genannt. Ausgangsposition ist die Sitzhaltung und von hier bringe den rechten Fuß links neben das Gesäß und den linken Fuß rechts neben das Gesäß die Knie übereinander. Also wie die Kuhmaul-Stellung auch genannt, Gomukasana. Dann fasse mit den Händen an die Zehen und sitze gerade. Diese Stellung, also Sanakasana, genannt nach Sanakar. Sanakar war zum einen einer der vier Söhne Brahmas, der gilt als einer der uranfänglichen Meister. Sanakar, das Wort selbst, heißt ja auch alt, uralt, uranfänglich. Und so ist Sanakar einer der uranfänglichen Meister. In einer anderen Tradition ist Sanakar einer der 84 Nath-Siddhas, also der vollkommenen Meister. Siddha heißt ein vollkommener Meister und Natha heißt Meister. Und im Hatha-Yoga sind viele Stellungen benannt nach großen Meister. Diese Stellung eben nach diesem Sanakar. Diese Stellung hilft zum einen der Flexibilität der Hüftgelenke. Sie ist auch eine Übung, um die Hüftkreuzbeingelenke flexibel zu halten. Eine Stellung, um die Energie des Svadhisthana-Chakras nach innen zu richten. Und eine Stellung, die hilft, dass das Prana in diese Shumna geht und dort nach oben geht. Diese Stellung ist auch eine Stellung, in der du meditieren kannst. Du kannst dabei die Augen schließen und zum Punkt zwischen den Augenbrauen schauen oder zur Nasenspitze. Mehr Informationen über Sanakasana und viele andere auf unserem Asana-Lexikon wiki.yoga-vidya.de Das ist auch eine 싶은e, okay?